Servus, ich bin Roland. Ich bin im vierten Lehrjahr und arbeite in Götzis mit Peter Dach als Dachdecker und Spengler. Berufsschule ist in Salzburg, Teil 1, ist eine Blockschule und geht zehn Wochen. Als Dachdecker tust du Dachdecker, Spengler oder Blücher montieren auf dem Dachdommen, Dachkleinern zum Beispiel. Und zu Hause am Boden und unten ein paar Abdichtungen machen. In meinem Beruf gefällt mir am besten der frischen Luft zu sein, der Höhe zu arbeiten und selbstständig zu arbeiten. Also man sollte keine Höhenangst haben, das ist immer das Wichtigste. Und du solltest ein kleines Hausverstand hier und Handwerkliches Geschick haben ja auch noch gut. Die Dachdecker, die haben normal einen Ziegelhammer dabei und einen Flex zum Ziegel schneiden. Und Spengler, die haben verschiedene Zangen dabei und Bläscher zum Bläh abschneiden. Wir Dachdecker sind für alle bei jedem Wärter da draussen, dass wir vom Regen geschützt sind.